Und damit echt herzlich willkommen zur Hammerstadt Reward Modification und wir haben dann gleich hier den ersten Einsatz für unsere gut ausgestattete Polizei. Wir haben hier gleich einen Dip. Auf dem Weg. Ja. Bin unterwegs. Habe verstanden. Was gibt? Roger. Roger. Was gibt? Wird umgehend durchgeführt. Ja. Da. Wird umgehend durchgeführt. Jetzt einmal in den Knast. und die poli mann sein mit dem bau oder eine frau angerufen gesagt oh mein gott die hat aber ganz schön geschürzt wird selbstverständlich und die feuerwehr man weiß ja nie wird auch kurzerhand einfach mal mit raus geschickt gehen mit dem russ damit raus das sieht wohl schon mal eine einsatzstelle ordentlichen jetzt erst mal besprochen ist ehrlich gesagt wenn ich das jetzt hier ersatz light waren vier personen doch etwas zu doll besetzt also zwei personen hätten glaube ich auch ausgereicht der einsatzleiter hätte da einmal rücksprache mit den einsatzkräften ein einsatz für die feuerwehr abrücken da wird jetzt noch ein zweiter und streifenwagen genötigt und dann hier zwei abschleppfahrzeuge wird natürlich hier auch da noch ein funkschreifenwagen und dann auf streife geschickt so einsatz für die polizei einsatz für die polizei einsatz für die polizei so du gehst auf streife solltest eigentlich damit hinkommen eigentlich aber ohne sonderrecht ist eine schülle anfahrt du schläppst den ab so so setzt sich einmal da mit auf also mal zum schrottplatz ruhen mal zum schrottplatz die funke fährt dann einmal dann zum schrott zodiac an oder weil das erste алиgr輪 da lte der der und fahr so dann er auch niemand die beiden jetzt mit aufgrund da der streit ziemlich eskaliert ist und die beiden sich hier werbe angeschrien haben hat die polizei jetzt beschlossen beide mit aufs gebier zu nehmen dort werden sie dann verhört da steht jetzt zwei jetzt zwei größere ein sich dahin stellen wir sind frei einstelle Was stimmt denn nicht mit dir? Da ist der Faktor, ist der Notarzt gleich noch mit drauf, super, so. Statt der sich jetzt da hinstellt, das werden wir gleich sehen, ob der sich da... Nein, da stellt er sich nämlich hin. Was gibt's? Was gibt's? Auf dem Weg. So, okay, ja, wird es jetzt wahrscheinlich kurze Parkprobleme geben. Ne, doch, er fährt hin, gut. Gut, also hier ist die Polizei jetzt ausgestattet. So, dann kommen wir mit denen da auch mit drauf. So, drei Streifen sind unterwegs. So, und wie man sieht, haben wir jetzt hier die beiden Einsatzfahrzeuge, die sind auf Streife. Und ja, ich denke mal, dass wenn die Fahrzeuge auf Streife sind, die dann nicht so benötigt werden. Beziehungsweise die eher schneller sind, gut. Das ist natürlich am schnellsten. Nehmen wir einfach mal den jetzt mit auf dem, auf Streife stehen, den Bulli, also. Der setzt jetzt auch mal so seine Streifen fährt fort. Wir haben in der Zeit Anfahrt ins Krankenhaus, gut. Oder vielleicht überdachen können. Aber na gut. Ist alles halb so schlimm. Wie man es nimmt, würde ich sagen. So, und damit geht's dann. Gehen weiter. Wett, ne. Ich muss nur ein Vorlauf bringen wollen, auch nett. So. Und vorne einen. Und wieder mal. Schicken wir jetzt diesen Artikel los. Ich bin sehr gespannt. Der macht überhaupt gar keine Ahnung an. Was gibt's? Die Jungs sind jetzt momentan hier am meisten im Einsatz. Uh. Der hat wieder heute am meisten und dann gefordert wird. Ja. Wo ist das hier? Ja. Wo ist das hier? Der Patient wird jetzt auch einigermaßen versorgt. Ja. 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 Jetzt müssen wir da gucken. Ja. Den schicken wir dann auch. Ja. 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 Jetzt. Aha. Ja. 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 Das ist doch schön. Ja. 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 Die dritte Faustig unter den Ohren. Also, glaub ich, die. Ja. Einst vierte Alarmierung des heutigen Tages. AlsoHSÖÖ hakoraasifiede, der hat schon einige Einsätze sind simuter mehrereās und ihres. Schicht Respekt Respekt Dann gucken wir mal So Einmal über Badoan grüne heizt Letzten Meter Äh Ich würde ja sagen, ihr müsst einmal füllen Genau Das sind Startprobleme So direkt rein So So Waren wir in den Oh Da liegt er Da liegt er Wenn wir schnell versuchen Warten Dann Und dann Warten wir noch ganz kurz Bis der Patient so weit ist Dass er abtransportiert werden kann Und dann denke ich mir Und dann Auf deine Kürze Und die dann ins Hau bringen Oh Ach Jejeje Waren wir nicht Ja Oder nicht Und dann Und dann und 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 ja so So, dann haben wir einmal einen Ladendiebstahl. So, dann geht es einmal da zum Ladendiebstahl hin. So, dann haben wir einen Ladendiebstahl. Dann geht es hier auch noch mit einer Plinke umher. So, eine Person mit Schussverletzung. Auch einmal hier. Das ist dann einmal ein Einsatz. Für unseren zweiten RCW. Okay. So, wenn ich kurz kurz meine Ärzte werde, auch mal zum Einsatz. So, dann fülle ich das bitte. So, dann fülle ich das bitte. So, dann fülle ich das bitte. Das war's für heute. Was gibt's? 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 Ja, schon unterwegs. Ja, los geht's. Was gibt's? Ja. Ja. Auf dem Weg. Ja. Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Wird unterwegs. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Was gibt's? Hörle. Was gibt's? Ja. Schon unterwegs. Ja, mit umgehend durchgeführt. Ja. Ja, auf den Weg. Ja. Rühre. Was gibt's? Auf den Weg. Ja, auf den Weg. Was gibt's? Wer unterwegs? Was gibt's? Auf den Weg. Was gibt's? Auf den Weg. Ja. Ja. Wird umgehend durch, ja. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Ja, auf dem Weg. Umgehend durchgeführt. Ja. 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 Schon unterwegs. Ja. 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 Auf dem Weg. Was gibt's? Bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Höre. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.